Wir stoppen 20 Sekunden und schauen dann, wie nass der Rucksack wird im Regen. So, die ersten 20 Sekunden sind vorbei. Es perlt ringsherum schön ab und einzige Schwachstelle ist hier oben. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass man dieses Fach ein bisschen weiter nach unten fixieren kann. Siehst du, dass es direkt auf den Reißverschluss rieselt. Also besser wäre, wenn man das irgendwie nach unten fixieren könnte. Und wie du siehst, hast du hier Wasserspuren und weitere 30 Sekunden.